So, da bin ich dann schon wieder. Ihr seht schon, Barbossa hat irgendwie anscheinend einfach zu viel V-Bugs. Also keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Also einfach krank, krank, krank. Wenn du so weitermachst, habe ich bald wirklich den ganzen Shop. Aber Grüße gehen natürlich nicht raus. Und wie gesagt, wenn ihr bei ihm gerne mal ein Abo dalassen wollt, einfach mal in der Videobeschreibung vorbeigucken. So habe ich das jetzt bei allen Videos gemacht. Also jedes Mal, wenn mir einer was schenkt, wird das Video auch, ach der Name unten auch verlinkt. Ich gucke mal, ob ich es hier oben rechts eingeblendet bekomme, weil das ist für euch natürlich immer einfacher, auch wenn das manche, ich glaube am Handy funktionieren oben rechts die Links gar nicht. Aber auf jeden Fall, Grüße gehen raus. Wir gucken natürlich, was es ist. Also es wird langsam teurer, wenn einer mir was schenken will. Und was ist es? Ach, die Lackierung, die habe ich auch noch nicht. LOL. Aber vielen, vielen Dank. Ohne Quatsch. Ich sage ja, allein heute schon. Die zwei Lackierungen. Ich sage ja, die ist so, ja. Ihr seid bescheuert. Ohne Quatsch. Ich weiß aber auch nie, was ich wirklich sagen soll. Außer danke. Danke, danke, danke. Ich sage ja, wenn ich jetzt nur gucke, den Skin geschenkt bekommen, den Skin geschenkt bekommen. Und dann lese ich immer in meinen Kommentaren, kannst du mir bitte einen Skin schenken? Aber wie gesagt, Moritz, vielen, vielen Dank. Grüße gehen raus. Und damit verabschiede ich mich jetzt wirklich für heute. Und in dem Sinne, haut rein.